Moin allerseits und willkommen zurück zu Lelnerd, mehr als genauer gesagt, eigentlich zum ersten DLC, was ja glaube ich schon seit längerem draußen ist, wenn ich mich nicht irre. Und ja, ich würde einfach mal sagen, gehen wir mal direkt mal da rein. Leider kann ich das wohl irgendwie nur mit der Kapitelauswahl machen, weil es ein bisschen komisch ist, aber okay. Hi Junge, hast du eigentlich einen Namen? Falls nein, dann nennen wir dich einfach mal, ähm... Zelda, genau. Hi Zelda. Wo sie hier was machen? Oh, ich kann schwimmen. Ähm, okay, ja, schöne Hand, ja, geil. Okay, ich musste zum Glück nichts machen. Ich habe gerade schon gedacht, irgendwie super, ich habe gerade das DLC angefangen und bin jetzt schon tot. Woho, fängt ja geil an. Äh, bin ich hier in den Raum, wo der eine Typ da durch die Gegend gelatscht ist, wo Six vorher unter die Betten gekochen ist? Oh, okay. Wie steuert man das Spiel nochmal? Ich muss erstmal gerade alle möglichen Tasten drücken. Mit der rechten tue ich meinen linken Arm heben, da tue ich mich dücken. Cool. Mehr weiß ich nicht mehr. Habe ich keine Taschenlampe, kein, kein... Ich habe gar nichts. Ich kann mir nur an die Nase kratzen oder das war's. Äh, da ist es scheißdunkel, ich sehe da nichts. Wollen Sie da lang gehen? Ich glaube, mein Mikro ist ein bisschen zu... Ich höre hier was. Kriegt er gerade Six durch die Luftschächte oder wer ist dat? Ah. Läuft da gerade Six durch die Gegend? Ich glaube nicht, ne? Nee, Six würde sich nicht erwischen lassen. Außer, sie würde durch mich gesteuert werden. Dann schon. Ich sollte lieber nach oben gucken, bevor ich hier wieder runterfall. Ist ja nicht das erste Mal, dass ich wegen der Kamera an irgendwo ganz woanders gelandet bin. Warte mal, ich muss doch nicht da rein, da ist doch gar kein Weg. Soweit ich weiß. Oh, doch. Äh. Wo kommt denn der Weg auf einmal her? Vor allem, was sind das Verzeichnungen? Kann ich mir... Ich kann die, glaube ich, nicht angucken, oder? Nein. Ich kann nur meinen Arm heben. Mehr geht nicht. Meine einzige Spezialfähigkeit. Arm heben. Anders sagt gerade so ein komisches Blutegel-Gedingse wieder. Ich will es nicht wissen. Kommt da ja nicht raus. Ja, das sind diese Blutegel. Was? Ach, du bist auch wieder an. Und da unten steht auch jemand. Das ist garantiert nicht Six, oder? Oder sind das vielleicht die Kinder, die irgendwie versteinert wurden? Weil sie quasi ja versucht haben zu entkommen. Ist das vielleicht sogar vor den Ereignissen von Six? Oder währenddessen? Keine Ahnung. Wie geht die Tür nochmal auf? Gar nicht. Okay. Ach, warte mal. Ich muss hier runter. Ja, super. Ja, super. Ich merke gerade, wie soll ich da vorbei... Äh, das Kind ist da weggelatscht. Das Kind ist... Achso, ich muss da lang. Aber konnte ich nicht rennen? Ich konnte doch auch rennen, oder nicht? Wie geht nochmal rennen? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie man rennen kann. Ich weiß nur, wie ich meinen linken Arm hebe. Wie geht nochmal rennen? Ah, ich glaub, ich hab's egal. Das ist so doof, wenn man die Tasten nicht mehr weiß. Kann ich mir wenigstens hier so einen Bowklotz mitnehmen? Ja, kann ich. So. Äh. Kannst du festhalten? Ich weiß zwar nicht, für was ich diesen Bowklotz benötige, aber für irgendwas wird das schon teuer sein. Muss ich da durch die Tür? Die Tür ist irgendwie so auffällig. Ah. Ich glaub nicht. Aber selbst wenn, da oben ist so ein komisches Schloss. Da komm ich garantiert nicht dran. Und da komm ich... Wobei, da kann ich doch durch, oder nicht? Ja, klar. Ich bin klein und schmal genug, dass ich da durchkomme. Mann, ist das hier dunkel. Ich könnte jetzt irgendwie ein Feuerzeug gebrauchen, oder so. Hab ich aber alles nicht. Wo laufe ich hier hin? Weil irgendwie laufe ich doch gerade irgendwie Richtung... Äh, Anfang von Six? Wer bist du? Komm mal, Gunnar da. Ich brauch deine Hilfe. Verdammt, ich komm da nicht hoch. Wobei, doch die Kiste hier. Überhaupt nicht laut. Fällt überhaupt nicht auf, dass da irgend so eine komische Kiste durch die Gegend gezogen wird und so komische Geräusche von sich gibt. Ist ja vollkommen leise. Ach, deswegen war dieses Seil hier. Okay. Und deswegen gab's Idioten, die da einfach runterspringen. Super. Ich könnte den Darwin Award gewinnen. Halt dich jetzt mal bitte am Seil fest, ja? Das wäre sehr geil. Hast du eine Taschenlampe? Gib die mal her, bitte. Ich brauch die mal sehr dringend. Ich frage mich gerade so ein bisschen, wie kann der Junge eigentlich überhaupt... Ach so, okay, nein. Quatsch. Habe ich gerade selber nicht mehr bemerkt. Der war ja in diesem einen Schlafzimmer. Ja. Habe ich jetzt schon wieder vergessen. Alzheimer und so. Ne? Letzt grüßen. Kann ich das da aufmachen? Kommt da so ein komischer Wicht raus? Nö, da kommt nischt raus. Dann geh ich mal da rein. Joa, hier unten wollte ich schon immer mal sein. In der Kanalisation. Ist die hier auch runtergesprungen jetzt gerade? Weh, hier kommen gleich irgendwelche Hände von unten. Wo ist das, Mädel? Muss ich hier ne Kiste schieben? Hoffentlich geht das. Nein, ich will nicht da hoch. Ich will die schieben. Na komm, greif die Kiste. Nein, nicht so. Kannst du dann die Kiste greifen? Nein, die kannst du auch nicht greifen. Kannst du dann die Kiste greifen? Nein, die kannst du auch nicht greifen. Muss ich überhaupt ne Kiste greifen? Warte mal. Nicht, dass ich hier gerade versuche, eine Kiste zu greifen, die ich gar nicht greifen brauche. Okay, das geht nicht. Kann ich die dann wenigstens schieben? Ich kann die auch nicht schieben. Spiel? Tue ich gerade richtig denken, aber mich nur doof anstellen? Ja, das kannst du schieben. Weil es keine Kiste ist, sondern ein dämlicher Koffer. Warum kann ich den da nicht... Achso, ich kann den nur an den Griff halten. Mann, dass man immer irgendwie ganz bestimmte Sachen machen muss. Mann. Ja, hau ab, Dose. Mädel, wo bist du? Oh, du hast deine Taschenlampe vergessen. Aber wenigstens habe ich jetzt mal eigentlich Licht hier. Wie kann ich das Ding benutzen? Ah, okay. Wenigstens weiß ich die Taste. Da ist eine schwarze Spur. Was könnte das bedeuten? Ich habe keine Ahnung. Da ist eine schwarze Handabdrücke. Da sind schwarze Fußabdrücke. Könnte das ein Geheimnis sein? Ich habe keine Ahnung. Was labbert der Typ da eigentlich für ein Mist? Oh, guck mal an. Da liegt gerade eine laufende schwarze Wurst. Ich glaube, ich sollte vor dieser Wurst abhauen. Könnte gefährlich werden, Leute. Kommt da irgendwas runter? Was? Ja, da kommt... Okay, die sind hier schnell im Wasser. Ich wusste gar nicht, ob die so schnell hier sein können im Wasser. Super. Hey, ducken. Nee, hau ab. Jetzt sagt mir nicht, ich hänge hier gleich irgendwo fest. Okay, da kann ich hochklettern. Hoffentlich können die Viecher nicht auch noch klettern. Nö, scheint nicht so. Gut. Wo ist das denn? Was habe ich da gerade gehört? War das eine Toilettenspülung? Ist das ein Handschuh oder was ist das? Oh, das leuchtet aber sehr hell. Kann ich in die Kamera leuchten? Nein, ich kann leider nicht in die Kamera leuchten. Schade. Ich mag gerade nicht, dass es hier so groß ist. Da wird doch gleich irgendwas auftauchen, oder? Und wenn die Kamera schon so weit weg ist, da muss doch irgendwas auftauchen. Ich muss, glaube ich, da hochklettern. Oder? Hallo? Kann ich nicht da hochklettern? Aber dann schnell nach... Nö. Kann ich da vielleicht umkippen? Ich kann hier, glaube ich, gar nichts machen. Gut, dann gehe ich mal da lang. Wobei... Stimmt, warum sollte ich überhaupt irgendwas umkippen? Ich meine, ich kann doch da einfach hochklettern. Bin ich manchmal einfach blöde. Wo ist das Mädel eigentlich abgeblieben? Kann ich das Ding hier abziehen? Gut. Offenbar ist der Junge genauso stabil, beziehungsweise standfest wie Six. Kippt beim leisesten Huster einfach um. Oh, da liegt ne Puppe, oder ist das Six? Warum ist hier unten so viel Wasser? Ähm. Ne, 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 ne. Hau ab, hau ab. Ich habe keine Ahnung, was das da ist. Ich will nicht da vorne irgendwas... Kann ich hier nicht schneller? Ich möchte hier schneller. Hau ab. Ich habe keinen Bock, von irgendwelchen Viechern aus dem Wasser gekillt zu werden. Hallo? Simmer Service. Okay, hier geht es runter. Was ist das denn da für ein Ding? Habe ich gerade den Dampf von diesem komischen Schiff gefunden oder was auch immer das hier sein soll? Ich weiß nicht, was das ist. Kann ich da irgendwo hochklettern? Ich glaube nicht. Dann gehen wir hier runter. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, hier runter zu gehen, aber hey, ich mache es einfach mal. Da ist ein Läser da vorne. Kann ich das haben. Achso, das ist eine Dose gewesen, ja. Die brauche ich nicht. Oh. Ähm. Das Ding ist voll mit Blutegeln. Ich glaube, das ist ein kleines Problem, oder? Ja, halt mal schön die Taschenlampe dran. Da wird bestimmt nichts passieren. Wollte ich eine Dose dagegen werfen. Die kann man eigentlich nochmal werfen. Ich weiß sie jetzt gerade nicht mehr. Achso, okay. Werf mal dagegen. Okay, super. Jetzt kommt da gerade die Spaghetti-Suppe aus der Wand. Das ist, äh, hä, hä. Super. Naja, so steht hier noch einer. Ich weiß ja nicht, ob das wirklich so toll ist, quasi hier reinzugehen, wo die Viecher gerade herausgekommen sind. Aber okay. Hallo, ist jemand? Nein, da ist nur ein Gitter. Ach, das ist ja noch ein Raum. Ich weiß immer nicht, was das für ein Raum ist. Ich glaube, den habe ich vorhin noch nicht gesehen. Äh, klar. Was denn das denn? Was? Hä? Ich kann mich gerade nicht bewegen. Ähm. Spiel? Spiel? Ich kann gerade nichts mehr machen. Sämtliche Tasten funktionieren nicht. Ähm. Habe ich gerade einen Bug gefunden? Ich weiß nicht mehr, was gerade passiert. Ich habe, äh. Ah. Oder ist mein Controller gerade im Arsch? Ich weiß es nicht. Warte mal ganz kurz. Okay, mein Controller reagiert anscheinend gerade aus unerklärlichen Gründen nicht. Das, äh, fixen wir mal ganz kurz. Hab mal nicht gehört, oder? Gut. Jetzt geht's wieder. What the fuck? Was war das denn? Wieso ist mein Controller plötzlich nicht mehr am Funktioniert gewesen? Was? Fängt ja gut an, die Folge, ne? Erstmal ein paar Mal sterben. Controller will plötzlich nicht mehr laufen. Ich weiß nicht, was los ist. Aber ich kann das Ding nicht ziehen. Ich kann's auch nicht drücken. Warum? Für was ist das überhaupt? Ich hab kein Schimmer. Ich wollt's benutzen, aber ich kann's nicht. Selbst wenn das jetzt irgendwie verursacht hätte, dass ich hier saufen tue, ich kann's nicht benutzen. Ist das hier eine Kloschüssel? Ja, super. Wenn das jetzt eine Kloschüssel ist, dann ist das Erste, was ich machen tue, erstmal reinspringen. Ja, supi. Ach nee, warte mal, jetzt seh ich gerade, ich Idiot. Hier. Da kann ich hochklettern. Dann kann ich rüberspringen, den Hebel benutzen und abstürzen. Geil. Genau so wollte ich's machen. Und nu? Achso, jetzt kann ich aktivieren, das Teil. Und was hab ich dann davon? Noch mehr Wasser. Ich weiß ja nicht, ob noch mehr Wasser gut ist, soweit. Doch, dann kann ich da rüberspringen. Muss ich das noch halten? Ich glaub nicht. Guck, dann spring ich mal rein. Ähm. Wo bin ich gerade? Spiel? Mein Controller ist nicht der Fake, gut. Ich bin, ich bin da, ich kann aber, ich, äh. Ähm. What the fuck passiert da gerade mit mir? Ich bin Teil der Wand geworden. Okay, ich bin jetzt draußen. What the hell? Ich weiß jetzt nicht, was hier los ist. Ich glaub, ich hab zu viel Wasser drin. Kann das sein? Ja, scheint wohl so. Lass mich da rein, lass mich da rein. Ich will noch da hin, ich will noch da hin. Ich will noch da... Äh, jetzt hängt doch nicht am Rohr da fest. Achso. Umso weiter ich quasi das Ding da hinschieben tue, umso höher ist das Wasserlevel gewesen. Achso, okay. Guck ich hier welchen. Okay. Okay. Hat mich schon gewundert gehabt, warum der mehrmals stehen geblieben ist. Warum kannst du denn nicht? Oh, okay, jetzt. Kann ich hier irgendwas wegziehen? Nö, ich kann hier nichts wegziehen. Warum? Muss ich dann irgendwo hier hochklettern? Warum ist hier so ein rotes Fass überhaupt? Oh, hey. Kann ich da vielleicht durch? Da kann ich auch... Oh, doch. Da kann ich durch. Lass mich mal raten. Hier kommt gleich wieder dieses komische Wasserviech, ne? Auch wenn die Kamera schon so ist. Ja, da ist es ja schon. Hi. Okay, ich hätte auf die Kiste gehen sollen. Wieso ist da unten eine Hand? Okay, Hilfe. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Nö, 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 nö. Kann ich hier drauf? Ich glaube, auf so eine Wärmflasche draufzugehen, um irgendwie Sicherheit zu haben, ist, glaube ich, nicht gerade eine tolle Idee. Wieso ist im Generellen überhaupt da unten einer? Wer taucht denn da? Ist das so ein TTT? So ein Toilettentieftaucher? Na? Kannst du wohl nicht hier irgendwie hochkommen, wa? Nö, 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 nö. Ich muss direkt zum Sofa. Ich muss direkt zum Sofa. Und dann vielleicht von hier aus rüberspringen. Wo ist das Vieh? Okay, das ist weit weg. Das ist, oh, okay. Das ist aber schnell. Scheißvieh. Wie komme ich da hinten hoch? Okay, da hinten sind ein paar Koffer. Dann mal rüber. Wo ist das Vieh? Das ist ja direkt hinter mir. Wieso ist das Vieh direkt hinter mir? Da, nimm ne... Pulle? Was holst du da raus? Was ist das? Hat der da gerade einen Zettel mitgenommen oder sowas in der Art? Ich wollte eigentlich die Pulle nehmen und werfen. Hier. Spiel damit. Guess. Das war's. Bis zum nächsten Mal.